Dankeschön. Perfetto. Dann kommt man mit. Geil, Alter. So geil. Alter, guck mal, ein Maß. Alter, ist das geil. Alter, ist das geil. Alter, wie geil. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Mein Name ist Random Life und wir befinden uns heute in den Niederlanden und wir schauen uns ein ganz besonderes Museum an, welches in Deutschland fast unbekannt ist, nämlich das National Military Museum. Und das Spannende hier, dass nicht nur Fahrzeuge aus den Weltkriegen zu sehen sind, nein, auch aktuelle Modelle sind hier zu sehen, wie zum Beispiel dieses Leopardenpanzermodell. Und wir gehen jetzt gemeinsam rein. Kommt mal mit. So meine Leute, also wir nehmen heute mit zwei Kameras auf. Wir haben hier einmal meine GoPro, wo ich quasi mal den Walkthrough mache und dann haben wir nochmal das fette Gimbal, wo wir quasi eine Moderationaufnahme machen. Und schaut mal, wir haben jetzt gerade hier ein kostenfreies Schießfach bekommen. Und hier haben wir die Möglichkeit, das erste Mal in die Halle reinzusehen. Hier unten sehen wir einen Helikopter. Das müsste eine amerikanische Feldhaubitze sein auf Z-Propellet. Und ein alter Helikopter, eine DC Douglas könnte das sein. Also hier ist ein Gepard, ein deutscher Gepard. Also es wird auf jeden Fall ultra spannend, was wir hier gleich sehen. Und das Schöne ist, heute haben wir den Falk dabei. Den habe ich jetzt heute kennengelernt. Der macht für uns die Videoaufnahmen. Denn Tim, der wird uns auf jeden Fall auch sehr gut supporten. Beides auf jeden Fall mit geschichtlichen Hintergrund. Und ich glaube, Leute, heute wird ein guter Tag. Also viel Spaß bei diesem Video. Und immer, tut mir einen Gefallen. Wenn euch dieser Content gefällt, dann leitet das gerne an eure Freunde und Familie weiter, damit dieser Kanal immer weiter wächst und wächst. Damit ich auch solche geilen Spons zeigen kann. Also in diesem Sinne, viel Spaß bei diesem Video. Ja, herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Ihr habt es gerade schon gesehen. Ich habe ja gerade meine Gruppe gehabt. Ich bin auf jeden Fall gut gehypt. Und wir haben hier gerade mal einen Blick runtergeworfen. Und wir haben einfach eine F-16 gesehen. Ein Kampffighter von den USA. Und der steht hier einfach unten rum. Und schaut euch mal dieses gigantische Flugzeug an. Das bedeutet, hier habt ihr einen wunderbaren Blick über die Halle. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Hier unten sind auf jeden Fall verschiedene Motorräder. Selbst ein E-Bike für die Soldaten haben wir gesehen. Hier ein Jeep, ein Willis Jeep. Den gibt es ja schon seit dem Zweiten Weltkrieg. Immer rudimentär aufgebaut, schnell zu reparieren und in Massen zu produzieren. Und hier haben wir eine heftige Panzerabwehrkanone dabei. Und das ist schon wirklich sehr spannend. Und schaut mal die Zustände der jeweiligen Waffengattungen an. Panzerabwehrkanone 3,7 Zentimeter. 6 Pfünder Anti-Tank. Und hier eine 17 Pfünder Anti-Tank. Also hiermit kann man schon sehr große Panzerungen aus sehr großer Entfernung zerstören und damit auch entsprechend das Ziel vernichten. Und hier sehen wir nochmal den Willis Jeep von hinten. Verschiedene Flugabwehrkanonen von klein bis riesengroß. Schnellfeuer. Hier auch. 40 langen, 70 G. Und das ist sicherlich hier total spannend. M55, vier links. Und gibt es in verschiedenen Filmen zu sehen. In der Regel Browning-Maschinengewehre. Und die konnten schon ordentlich zerlegen. Und die wurden tatsächlich nicht nur gegen Luftziele eingesetzt, sondern auch gegen Bodenziele. Und hier finden wir, und ich kriege sie kaum drauf, eine riesige Flugabwehrkanone. Die Deutschen haben ja ein extrem effektives Geschütz im Zweiten Weltkrieg das erste Mal eingesetzt. Die sogenannte 8-8. Hier finden wir verschiedene gepanzerte Fahrzeuge, die auch in aktuellen Konflikten zum Einsatz kommen. Natürlich hier gepanzert. Hier ist der Einstieg relativ klein. Und durch das Panzergas kommt die normalen Maschinengewehrsalven definitiv nicht durch. Häufig konnte man auch noch mit den Platten weiterfahren. Ein Schützenpanzer. Die Kanone musste nicht mehr von außen betätigt werden, sondern der Richtschütze kann sie von innen bedienen und dann die Ziele bekämpfen. Wir haben ein Jeep mit einem Maschinengewehr aufmontiert. Hier ein schneller Schützenpanzer. Und hier finden wir einen Sherman-Panzer. Ja, genau. Don Juan. Also das ist hier ein Sherman. Einer der meistgebautesten Panzer überhaupt. Das ist ein aktuelleres Modell. Chafé. Auch relativ selten. Habe ich bisher nur in Overloon gesehen. Und immer spannend, wenn die Kanone quasi der Hauptbestandteil des Panzers ist. Wie in diesem Fall hier. Schaut euch mal an. Diese Mündungsbremse. Das ist schon brutal, das Teil. Genau. Also wir sehen hier eine Menge Stuff. Wie gesagt, hier ein Flugzeug an der Decke. Ich hätte nicht gedacht, dass die F-15 Tomcat so riesig ist. F-16. Das werden wir uns alles gleich noch angucken. Also keine Sorge. Aber wir wollen jetzt erstmal noch die letzten Sonnenstrahlen nutzen. Und uns draußen die Missiles, sprich die Raketen anschauen. Und schaut mal hier in Starfighter. Mit diesen kleinen Stummelflügeln. Auch Witwenmacher genannt. Keine Ahnung, was das ist an Flugzeugen. Das gucken wir uns natürlich gleich an. Aber schaut mal Leute. Da draußen. Guckt euch das mal an. Rakete. Wahrscheinlich eine Hawk oder eine Nike wahrscheinlich. Und da hinten auf der Rollbahn ganz viele verschiedene Flugzeuge. Also ich glaube, wir kommen nochmal wieder, oder? Wir kommen nochmal wieder. Also Leute, Teil der Berliner Mauer. Und da, guckt mal. Ich weiß nicht genau, ob es eine Bodenluft oder Boden-Boden-Rakete ist. Ich glaube aber, es ist für den Abschuss von feindlichen Bombern in extremer Höhe. Das gucken wir uns gleich mal an. Und hier eine Gatling. Alter, schaut euch mal an. Die ganzen Flugzeuge. Unvorstellbar. Ich kann euch heute natürlich nur einen Eindruck vermitteln von dem Museum. Auf die einzelnen Exponate können wir heute aufgrund der Zeit und der Länge des Videos gar nicht eingehen. Aber dieses Video soll auch nur dazu dienen, euch einen Überblick zu geben, damit ihr selbst hier hinkommt und euch dieses Museum anschaut. Und dann habt ihr einfach mal auch gerade bei Flugzeugen ein Größenverhältnis, weil das hat man ja häufig nicht. Man kennt die aus dem Fernsehen. Aber dass man direkt so nah an solchen Exemplaren stehen kann, das ist wirklich total selten. So, hier haben wir verschiedene Fahrzeuge. Recovery Truck. Da haben wir einen Kran drauf. Vorne eine Seilwinde. Und das scheint ein Generatorfahrzeug gewesen sein. Genau. Hinten haben wir einen Generator. Und alles schon recht alt, Leute. Schaut euch das mal an. Ein Centurion Recovery. Also ein Bergefahrzeug. Und der Zustand ist einfach grandios. Das ist absolut krass. UN-Fahrzeug. Und das habe ich auch noch nie gesehen, Leute. Also, absolute seltene Fahrzeuge, die ich noch nie gesehen habe. Vom Roten Kreuz. Da oben, das ist ja wunderschön, das Flugzeug. Total in Chrom. Mehr geht einfach nicht, Leute. In diesem Museum finden wir Exponate aus allen Waffengattungen, aber auch aus jeder Epoche. Und hinter uns sehen wir eine ganz spannende Zeit. Nämlich das war die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und hinter uns sehen wir tatsächlich die erste ballistische Rakete und tatsächlich auch den ersten Marschflugkörper. Oben an der Decke, hinten sehen wir die sogenannte V2. Das war die erste Rakete, die aus Peenemünde tatsächlich oben das Weltall berührt hat. Und das galt als die Wiege bzw. die Geburtsstunde der Raumfahrtechnik. Und hier vorne, oben, sehen wir tatsächlich auch die Fiesler 103. Das ist der erste Marschflugkörper aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, auch in Peenemünde, produziert und entwickelt. Relativ kurzer Zeit wurde dieses Geschoss mit einer Tonne Sprengkraft Richtung England geschossen. Teilweise im Verbund, manchmal aber auch in Dekaden. Und das Spannende, und da müssen wir jetzt leicht, oder müsst ihr jetzt einmal mitkommen, sehen wir hier eine Fiesler 103 bemannt. Das bedeutet, normalerweise war das ein Marschflugkörper, der dafür gedacht war, über einen Schlitten auf ein Ziel geschossen zu werden. Aber es gab zum Ende des Krieges auch die Überlegung, diese Waffe mit einem Piloten zu bemannen. Und ein Exemplar, ein sehr, sehr seltenes Exemplar, finden wir hier in diesem Museum. Und normalerweise war es dazu gedacht, dass die Menschen mit einem Fallschirm abgesprungen sind. Aber ihr könnt euch vorstellen, zum Ende des Krieges war es eher gedacht, dass die Menschen diese Rakete, diese Bombe nutzen, um direkt ins Ziel zu kommen. Da sind viele Menschen bei umgekommen, hat sich zum Glück allerdings nicht durchgesetzt. Also hier ein wirklich seltenes Exemplar in einem wirklichen guten Zustand. Alter, wie krass. Das ist so krass. Krass Wahnsinn, was hier steht. Ja. Nicht nur Marschflugkörper oder die ersten ballistischen Raketen können wir hier sehen, wir sehen auch die klassischen Waffengattungen. Hier zum Beispiel ist eine Panzerabwehrkanone mit Schiern montiert. Man hat das auch umgangssprachlich Püppchen genannt. Und hier neben sehen wir einen sogenannten Nebelwerfer. Hier konnte man sechs Raketen einführen. Und die wurden dann relativ, ja, auf jeden Fall ungelenkt ins Ziel gebracht. Und die Wirkung von dieser Waffe kam nicht nur durch die Explosions- und Sprengwirkung. Nein, es war auch eine psychologische Waffe, denn die Raketen haben ein bestimmtes Heulen abgesondert. Und man muss sich einfach mal vorstellen, wenn das im Verbund abgeschossen wurde und man quasi derjenige ist, der diese Raketen empfängt, dann macht das natürlich was mit einem. Und dann können diese Geräusche gehen gegen Markt und Ballen. Unvorstellbar. So, meine Leute, vielleicht kennt ihr den Film Top Gun. Mittlerweile gibt es ja auch eine Neuverfilmung von dem Film mit Tom Cruise. Und hier hinten sehen wir die sogenannte F-15-Kampfmaschine. Und ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht über die schiere Größe von dieser Maschine. Wir kennen die sicherlich alle noch aus unserer Jugend, die ein bisschen älter sind. Und schaut euch mal an, wie groß dieses Flugzeug ist. Unvorstellbar. F-15 Tomcat. Ich hätte nicht gedacht, Leute, dass dieses Flugzeug so groß ist. Ich habe ja schon verschiedene Flugzeuge gesehen vom Nahen, Starfighter zum Beispiel. Oder da vorne auch der F-16 Kampfjet. Aber dieses Flugzeug von der Größe her übertrifft wirklich alles. Unfassbar. So, auch verschiedene Helikopter sollen natürlich hier nicht zu kurz kommen. Das Spannende an diesem Helikopter ist, dass wir hier ein Flair-Paket haben. Bedeutet, wenn dieser Helikopter von einer Boden-Luft-Rakete anvisiert wurde und diese wurde abgeschossen, hatten die die Möglichkeit, kleine Leuchtfeuer auszuschießen. Und die Sucher der Wärmeköpfe haben dann nicht mehr den Helikopter, das Triebwerk des Helikopters verfolgt, sondern diese Flares, die sogenannten Flares. Ausstoß-Täuschkörper nennt man die auch. Hier nochmal die M110 A2 Hovitsa. Aus meiner Sicht ein sehr imposantes Stück Militärgeschichte. Aber auch das hier, die 155 mm M109 A92, auch von Hovitsa. Und schaut euch das einfach mal an. Das Ding ist so krass gepanzert. Und so eine Riesenkanone, das ist wirklich ein sehr spannendes Militärfahrzeug. Hier etwas kleiner. Und auch das gab es schon im Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, hier haben wir einen Panzer, der nach oben hin offen war. Nee, doch teilweise nach oben hin offen war. Dieses Konzept gab es schon im Zweiten Weltkrieg beim sogenannten Marder. Der hatte nach oben hin keinen Panzerschutz. Und somit war es natürlich relativ einfach, die Besatzung auszuschalten. Wenn man zum Beispiel eine Granate hatte, dann konnte man die zack da oben reinwerfen, wenn man geschult war. Und dann hatte man relativ schnell den Panzer ausgeschaltet. Aber konnte ihn tatsächlich noch als Beutefahrzeug dann nutzen. Und hier hat man die obere Öffnung schon deutlich verkleinert. Hier finden wir eine Missile vor. Hier haben wir ja große Haubitzen gehabt, selbstfahrend. Um die Entfernung noch weiter zu steigern, gab es natürlich dann Raketen, die dann über 100 Kilometer weit feuern konnten. Diese lagen ungefähr bei 45, 42 Kilometer, die sie überbrücken konnten. Und hier finden wir einen amerikanischen Sherman-Panzer. Der völlig durchlöchert wurde von wahrscheinlich zwei Zentimeter gehärteten Geschossen. Und das ist ein sogenanntes Hartziel. Das bedeutet, der stand auf dem Truppenübungsplatz. Und man hat darauf geschossen oder gefeuert, um quasi zu üben. Auch mega spannend. Ein offener LKW mit einer Startvorrichtung für eine große Rakete. Fahrzeug nennt sich M139D Honest John. Und wirklich sehr, sehr spannend. Hier sehen wir ein Fahrzeug von der ISAF-Schutztruppe. XA-188. Radpanzer oder Radfahrzeug. Ich schaue mal, ob der schon diesen Reflektor unten drunter hat. Der hat noch keinen Reflektor. Die neuen Fahrzeuge haben einen sogenannten Minenreflektor. Und schaut mal hier. Ein relativ aktueller Leopard 2. Und da seht ihr einfach mal, wie riesig dieser Panzer ist. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wie dieser Panzer sich im Vergleich zu amerikanischen oder russischen Modellen dann schlägt. Und auf jeden Fall ein sehr imposantes Modell. Und das, Leute, darauf habe ich eigentlich bis zum Schluss gewartet. Die sogenannte F-16 Fighting Falcon. Ich denke, das sind Sidewinder-Raketen, Luft-Luft-Raketen auf mittlere Entfernung. Und das ist kein Modell. Wir finden hier tatsächlich ein echtes Flugzeug. Und schaut mal, das ist die mögliche Bewaffnung, die dieses Flugzeug an Bord haben konnte. Der Blick von hinten drauf. Hinten die verstellbare Schubdüse. Und seit 1979 im Einsatz. Das dürften Sidewinder-Luft-Luft-Raketen sein. Und wenn wir hier weitergehen, das war kein Marineflieger, sondern es müsste eigentlich ein Flugzeug für die Landstreitkräfte gewesen sein. Denn wir finden hier einen Fallschirm. Wie ihr wisst, wurde auf Flugzeugträger mit einem Fangseil gearbeitet. Und schaut euch mal an, welchen guten Zustand dieses Flugzeug aufweist. Unvorstellbar. Die Exponate, die wir hier vorfinden. Okay. Leute, es ist richtig kalt. Und wenn man nur ein Teil der Energie in die Friedensfahrung nimmt, in die Handlung stecken würde, wie in die Rüstung, wie man sich alles überlegt, wie man Leute töten kann, dann würde es keine Kriege mehr auf dieser Welt geben. Das stimmt. Wenn alle das machen würden. Ja, genau. Aber nein, der Mensch tickt ja anders. Der Mensch tickt leider anders. Die Psyche des Menschen, die will sowas haben. Riesige Raketen. Aber das Museum ist einfach gigantisch. Das Museum ist einfach. Ja. Das ist so ein bisschen wie BR. Wie der Flughafen BR. Ich meine, guckt euch die Kampfflugzeuge da drin an. Ihr habt es gerade gesehen. Und wir stehen hier gerade mitten auf der Landebahn. Und wenn ihr mal schaut, schaut mal hier vorne. Hier sehen wir verschiedenste Flugzeuge der Amerikaner, der Alliierten. Und wie klein die auf dieser Rollbahn aussehen. Das ist schon unvorstellbar. Und ich war vor kurzem noch am Berliner Flughafen. Und von der Architektur ist es sogar ähnlich. Also, total spannend. Vielleicht haben die Deutschen sich das ja auch wieder abgeguckt bei den Niederländern. Ja, wer weiß. So, ich schlage vor, bevor wir jetzt einfrieren und Eiszapfen bekommen, gehen wir mal wieder rein und gucken uns die restlichen Exponate an. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin richtig viel Spaß. Und schaut euch nochmal diese Rakete hier an. Das, meine Freunde, ist eine P51 Mustang. Das ist das legendäre Jagdflugzeug der Alliierten. Und es wurde eingesetzt, um große Bomberverbände zu schützen. Es konnte aber auch eingesetzt werden als Jagdflugzeug. Und das Schöne ist, dass man hier wirklich das Aluminium erkennen kann. Und stellt euch mal vor, dieses Flugzeug an einem strahlenblauen Himmel, wo die Sonne mit durchkommt. Unvorstellbar schön. Aber auch hier auf meiner linken Seite finden wir ein Flugzeug, was ich bis dato tatsächlich noch nicht gesehen habe. Es ist eigentlich auch kein direktes Flugzeug, sondern es ist ein Aufklärungsflugboot von Donier. Und schaut euch mal diese schiere Größe an. Wir finden hier oben drei Propeller. Vorne ein Bugmaschinengewehr. Und hinten finden wir auch nochmal. Und dieses Flugzeug wurde eingesetzt, wie ich gerade schon gesagt habe, um zum Beispiel feindliche U-Boote im Mittelmeer und so weiter aufzuklären. Es wurde in den 70er Jahren vor allem zur Seenotrettung eingesetzt. Und wenn ihr euch den Rumpf anschaut, man hat wirklich die Möglichkeit gehabt, mit diesem Flugzeug auf dem Wasser zu landen. Ob es jetzt mehr ist, es musste natürlich nur eine gewisse ruhige See vorherrschen. Und dann konnte dieses Flugboot auch gekenterte Besatzungsmitglieder von Schiffen zum Beispiel aufnehmen. Aber auch, wenn Flugzeuge abgeschossen wurden und die Matrosen im Wasserschwamm, konnte man natürlich retten. Weil ihr könnt euch vorstellen, gerade in einem Krieg wie den Ersten oder den Zweiten Weltkrieg sind sehr viele Menschen gestorben. Und gerade Piloten waren dort sehr rar. Und dementsprechend waren solche Flugzeuge natürlich immer wichtiger. Eine Gesamtlänge von knapp 22 Meter, eine Höhe von ungefähr sieben Meter. Also wir sehen hier wirklich ein sehr, sehr großes Flugzeug. Und das steht hier einfach in diesem Museum drin. Also auch Menschen und Interessierte, die sich vielleicht für außergewöhnliche Exponate interessieren, die werden hier auf jeden Fall fündig. Und wenn ich mal überlege, dass das Leergewicht von knapp 9 Tonnen bei diesem Flugzeug vorherrscht, aber es komplett vollbeladen knappe 19 Tonnen tragen kann, ist das schon eine Zulagerung, die wirklich seinesgleichen sucht. Also das sind hier sogenannte Steilfeuergeschütze oder auch Mörser genannt, verschiedene Epochen. Das hier scheint wahrscheinlich ein sehr früher Mörser zu sein. Den habe ich nämlich noch nicht gesehen. Das ist auf jeden Fall Erster Weltkrieg. Und der Vorteil von diesen Mörsern ist, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ihr könnt diese Waffen natürlich nicht in die Gräben schießen. Es sei denn natürlich, der Soldat, der feindliche Soldat, guckt einmal raus und wird dann vielleicht am Kopf getroffen. Mit diesen Mörsern konnte man Steilfeuer schießen und dann in die Gräben reinschießen und hat dann teilweise viele Menschen leider gleichzeitig getötet. So, verschiedene Schnellfeuerkanonen, verschiedene Feldkanonen, hier verschiedenster Epochen und verschiedenster Nationalitäten. Auch hier nochmal ein Mörser, eine alte Kanone und hier eine 15 Zentimeter Festungskanone. 24 Zentimeter Eisen. Und da, der Tim, den seht ihr daneben. Tim ist ungefähr 1,80 groß und vorstellbar groß, Leute. Schaut euch, wie viele Menschen beteiligt waren, um dieses Geschütz abzufeuern. Und hier, das ist die Führung, um den Winkel einzustellen, nach links und nach rechts zu schießen. Und man hat tatsächlich einen kleinen Kran benötigt, um diese Kanone überhaupt abzufeuern. Oh ja, da sehen wir sogar das Geschoss. Und das ist so schwer, Leute. Deswegen haben sich die Festungen irgendwann, also früher hat man ja quasi Festungen gehabt und die waren für die normale Bevölkerung oder für die Soldaten waren die nicht einnehmbar. Und dann gab es ein Wettrüsten zwischen Panzerung, sprich Bunker oder Festungen und der Artillerie. Und irgendwann hat die Artillerie, ich habe gerade die Kanone gesehen, Überhand angenommen. Und deswegen ist man dann irgendwann weggegangen von oberirdischen Festungsbau zum unterirdischen Bunkerbau, beziehungsweise auch teilweise unterirdischen Festungen. Und mittlerweile gibt es Raketen mit einem gehärteten Kopf, die sechs, sieben, acht Meter Erde und Stahlbeton durchdrehen können und dann unten im Bunker zur Umsetzung kommen. Und dann gibt es tatsächlich heute auch kaum noch Schutz vor den modernen Waffen. So, meine Freunde, leider sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Wie ich schon gesagt habe, es kann nur ein kleiner Teaser sein. Auf die einzelnen Exponate komplett einzugehen, ist einfach unmöglich, weil es einfach auch so vielschichtig ist und so viel Wissen kann ein normaler Mensch gar nicht haben. Es gibt sicherlich Experten unter euch, die deutlich besseres Wissen haben als ich. Aber um ein erstes Gefühl und einen ersten Eindruck von diesem Museum zu bekommen, ist hoffentlich dieses Video genau das Richtige. Hinter mir steht der Traum meiner Jugend. Bitte nicht falsch verstehen. Ich habe früher Modellbau gemacht, Revell, und das war die sogenannte F-16 Fighting Falcon. Und die hatte ich in verschiedenen Maßstäben damals draußen und habe mir tatsächlich sehr viel Mühe gegeben, die Modelle dann auch maßstabsgetreu zu streichen. Und hier möchte ich noch ein Exponat zeigen, bevor wir dann tatsächlich auch Richtung Heimat gehen, nämlich den sogenannten Gepard-Flaggpanzer, der heute tatsächlich auch noch eingesetzt wird, insbesondere bei dem aktuellen Ukraine-Konflikt, ist dieser Panzer noch im Einsatz. Und teilweise wird er auch sehr differenziert betrachtet, weil er zu sehr vielen Ausnahmen oder Ausfällen gekommen ist. Und hier oben sehen wir zwei riesige Rohre oder auch Läufe genannt. Und ganz vorne, ich hoffe, das Detail können wir einfangen, haben wir tatsächlich die Programmierung für die Geschosse. Denn es gibt natürlich einen Zielcomputer. Also erstmal mussten natürlich die feindlichen Flieger hier über dieses Radar erfasst werden. Dann über die Zielermittlung wurde Freund Feind abgefragt. Und dann hat man natürlich auch die Entfernung zum gegnerischen Flugzeug gemessen. Und die Geschosse, die konnten dann hier programmiert werden. Bei dem Austritt hat man gesagt, nach wie viel Zeit, beziehungsweise dann auch Kilometern, die Geschosse explodieren, ihre tödliche Splitterwirkung entfachen und dann die feindlichen Flieger oder Drohnen zum Abschluss bringen. Also ich glaube, mit diesem Exponat werde ich mich jetzt tatsächlich verabschieden. Ich bedanke mich bei Falk, meinem Kameramann, bei Tim, der uns hier maßgeblich auch unterstützt hat, bei dem Museum. Und ich kann nur jedem empfehlen, hier einmal hinzukommen und sich dieses Museum anzuschauen. Ich bin Random Life und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin Random Life und bedanke mich für unsere Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.